hallo und herzlich willkommen das schulfreifestival geht gerade zu ende in den letzten stunden viele haben schon gepackt und sind gefahren und wir waren hier und haben viele freunde getroffen und ganz viele viele neue familien die dazu gekommen sind die dem schulsystem halt skeptisch gegenüberstehen oder haben schon leider probleme und wollen also ihren kindern das freie lernen ermöglichen und ja und das ist halt jedes jahr das schulfreifestival und ich kann das nur jedem empfehlen wenn er sich selber mal informieren will hier gibt es so ein stück an 1000 leute da gewesen 500 familien doch mal schätze ich mal 400 familien ich kann es nicht genau sagen da die kämpfe war richtig voll und hier gibt es ganz viele angebote workshops und es gab vieles zum basteln es gab workshops informatives vorträge auch von anwälten die bildungsfreiheit ist auf dem vormarsch und das ist genau genau das das was uns gefällt und wer fragen hat kann auch gerne mal fragen stellen wie immer das mal hier mein neuster newsletter der eigentlich in e mail form kommt in den video form kommt beziehungsweise meine blogbeiträge weil ich keine lust habe alles zu schreiben jetzt wird es windig da werden wahrscheinlich viel nicht mehr hören hier wurden t-shirts bedruckt da hinter mir schulfreifestival t-shirts also jedes jahr das schulfreifestival in brandenburg hier oder in oben an der oberen grenze von sachsen anhalt diesmal in damelack bis zum nächsten mal